SUHAT! Hör auf da! Hallo meine Freunde! Vielen Dank, dass wir ein neues 80x80 plus Serie A-Player-Pick-Pack-Ründchen. Wat? Ich hab da 50 Stück von den Player-Picks von der Serie A da. Die machen wir jetzt auf. So, zusammenfassend. Ist ja bescheuert jetzt. Hüßchen geht da raus an den guten Tommi. Der hat 50 Stück hier reingehackt. Immer wenn Tommi die gemacht hat, waren die eigentlich gut. Wobei die letzten ein, zwei Male waren nicht so gut. Davor war so Euzebio und so, wenn er Icon-Packs gemacht hat. Haben 50 Stück. Wir haben auch schon welche im Stream geöffnet. Da waren die gar nicht schlecht. Wir haben 24 Stück allerdings auch nur gemacht. Aber trotzdem waren da zwei Tots drin. Durch die üblichen Vergegnungen. Verlächtigen, Skriniar und Ber-Berady. Mertens. Mertens muss das Ziel sein. Mertens will ich auch diese Weekend League zocken. Mertens wäre Jackpot. Mertens. Mich ihr selber eine positive Bewertung freut. Erballert die Kommentare voll. Ob ihr die Picks auch gemacht habt. Wie ihr die Picks findet. Ich finde mit Abstand sind das die nicesten Packs. Weil du immer was zu tun hast. Obwohl ich sagen muss. Dieses Mal feiert es nicht so, dass du genau neun seltener haben musst. Bisschen zu viele seltener. Irgendwo kannst du das auch verstehen. Aber ne ist zu viel. Bisschen weniger. Wir haben 50 Stück. Und ich sag euch ganz ehrlich. Jetzt gib mir bitte. Ich möchte hier nicht wieder Skriniar und Berady sehen. Wir werden da nicht drum rum kommen. Wir werden die Safecall sehen. Ich gehe immer so seitenweise. 12 Stück sind eine Seite. Eine Seite muss ein Tots. Dann war gute Runde. Wir schauen mal. Wir gehen ganz entspannt rein. Totskonto muss natürlich hoch gehen. Erster Peck direkt. Wir gehen direkt entspannt rein. Und kein Skriniar und kein Berady. Dafür in De Vries steht es genau die gleiche Scheiße. Der Fritsche. Der wird nicht so ausgestaut. Fritsche heißt der. Ey aber hör mal. Dann ist das schon mal ein sensationeller Start. Sag mal. Tots Numero Uno. So. Jetzt mach noch hier den Mertens. Mertens. Wollen wir alle sehen. Mertens wäre geil. Ohne Scheiß. Mertens wäre geil. Ich weiß gar nicht mehr was der kostet. 700k? Bunaychi. Ja wir nehmen den Charco mit. Komm hör mal. Mach was Tolles hier. Nicht Champions-League-Karten. Mach Totskarten, Junge. Und nicht die Alibi-Totskarten. Die Innenverteidiger mit 12 Pace oder sowas. Mach schöne. Ich kann den Bunaychi nicht mitnehmen, weil ich bei dem weiß, dass wir den Untrade haben. Das würde nicht so viel Sinn machen. Brozovic. Komm jetzt mach hier hin, Alter. Psst. Mann Dübel. Haben wir nicht. Haben wir nicht, äh, Untrade. Haben wir Tradable, können wir 1000. So auf die Transferliste da gucken. Wobei, Icon Pack ist ja da. Ne? Da gehen auch wieder einige Spieler weg. Gosens. Ja komm jetzt hau rein, Alter. Was ist denn los hier, Junge? Barella. Nehmen wir Bernadeschi mit. Die werden wir eh wieder da reinhauen. Ne? Ja! Donnarumma haben wir... Ne haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir Tradable gezogen. Donnarumma, Tots Nr. 2. Sind wir immer noch auf der ersten Seite? Ich glaube nicht, ne? Mit den Duplikaten. Knapp erste Seite vielleicht, aber der zweite Tots. Die Dinger sind aber auch einfach OP, ne? Ja, da kannst du nichts sagen. Warte mal. Ich check mal ganz kurz ab. Mit den Duplikaten. Den Dübel. Der Dübel geht. Ja, sehr geht der. Donnarumma. Warte mal. De Fritsche. De Fritsche. Geht auch. Sehr gut. Und Donnarumma muss gehen. Ja. Perfekt. Gut. Dann haben wir Summer 2, aber die Transferliste voll. Müssen wir gleich gucken. 50. Wir haben 10 Stück aufgemacht erst. 10 Stück und es waren 2 Tots drin. Wir haben noch 40 Stück. Ja, immer. Komm. Komm. Weiter. In dem Tempo. Kulusewski. Komm, den nehmen wir mal mit. Einfach auf Alibi. Damit das ein bisschen bunter ist, ne? So, jetzt ist die erste Seite vorbei. Erste Seite. 2 Tots. Geht fit. Und ein Scrinja und ein Berardi wird auf jeden Fall noch kommen, ne? Das ist so sicher. Das ist so safe, ist das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt kommen wir, wir sind viele. gröööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö drei stück noch kein bock alter nicht so gut liegt doch so gut hallo seite zwei war krass mit den lazari die zweite seite war killer aber auch nur wegen lazari zweite seite war ich kacke knapp zwei seiten haben wir noch 28 stück komm mach zwei tots ist in ordnung wir wollen noch mehr haben handanowitsch ich glaube das anstellt mir gerade selber nicht sicher ich nehme mal mit 88 rating haus zu ungerne weg sie aber auch noch nicht kassier wird er ausgeschwunden oder ist sie hier aber der lazari auch am start guck mal läuft doch die dinger sind gerne kannst du sagen was du willst und der ist ja gar nicht wenig wert oder was kostet der auto batata hat der klima doch steht doch hinten drauf 700 500 k alter kann man aber mitnehmen dort dritter tots kommen nach 45 und ich habe gesagt vier tots da kann man eigentlich zufrieden mit sein jetzt hast du schon drei jetzt wirst du gierig willst du mehr haben willst du fünf aber kassier das geht doch viel habe ich gar nicht mehr auf dem schirm gehabt jetzt noch ein dreh so mertens und alles ist schön politano politik leff an der keule du bruder aber es ist und trotz wir haben vier stück screen ja musste kommen eine berate wird auch noch kommen wir werden auf unsere fünf tors easy kommen ich gehe da ganz stark von aus mich sehr wundern wenn da kein berate kommt vier tots immer das ist aber das ist doch ist doch top martinez den würde ich aber auch nehmen nur den martinez striker martinez doch den würde ich auch nehmen jetzt wo man nicht sagt nein junge ich kann ihn nicht mehr sehen dann ist auch einer der gründe ohne scheiß diese karte ist eine der gründe warum ich abgebrochen habe in der wiki link bei gold 3 gesagt habe nee es reicht mir ich werde gar nicht weiter spielen und mit den garantierten serie a pick holt weil das der garantierte sein wird das wird der garantierte sein er peradi oder donna roma da brauche ich keinen garantierten dann nehme ich einfach gold 3 und egal haha tot nummero 5 und zwei mal den gleichen Skriniar mittlerweile schlimmer wie Berardi, ne? Ohne Scheiß mal. Romanioli. Das sind die allerechten Skriniar-Packs, ne? Da musst du den mal reinziehen. Der wird Meister und dann kommt da holländische Liga oder was? Einfach viel bessere Pace-Werte wie der Bruder. Jetzt wird er natürlich eng, ne? Weil es sind nur Ligen-basierte Packs Serie A. Irgendwann wirst du jeden Spieler haben. Wir werden sehr viele Duplikate ziehen. Guck mal, der sechste Torz. Quadrado. Kale Quadrado. Schön, haben wir auch noch nicht. Haben wir gezogen, haben wir verkauft. Guck mal. Läuft doch. Wir brauchen doch gar keinen garantierten Weekend-League-Tots-Pack. Wie wir Serie A. Wir ziehen die alle hier. Das werden ja nicht die letzten Packs davon gewesen sein. Deutsch kann ich. Sechs Tots, ne? Na klar. Sechs Stück. Machen wir mal sieben, acht, neun, zehn. Da habe ich mir jetzt mal zählt. Da war der sechste Torz, ne? Was haben wir denn? Zwei-Maskriniar. De Frisch. Donnarumma. Casey. Und den Quadrado. Sind bei mir eiskalt sechs Stück. Mach mal sieben, acht, acht, Tots. Lazeri. Wir werden viele Duplikate jetzt haben. Ja, Barella war doch auch Duplikat, oder? Oh, haben wir den noch nicht mitgenommen? Ja, gut. Ey, aber die sind echt nice, ne? Kannst du nichts sagen. Wir haben noch... Ne, 16 Stück. Macht doch keinen Sinn. Aber wenn wir die hier drauf haben, ne? Ja, gut. Da müssen wir gleich gucken. Aber es ist trotzdem noch... Ja, es ist nicht wirklich eine Seite. Aber... Vielleicht kommt da noch einer. Ne? Vielleicht kommt da noch einer. Aber mit sechs Stück können wir eigentlich zufrieden sein. Ist auf jeden Fall mindestens alle zwölf Stück einer drin. Jetzt noch der Banger. Der Banger noch. Und kein Barella gehabt, ne? Ganz komisch. Barella war bei mir eigentlich safe. Barella, der safeste Tots, den du ziehen kannst. Einfach noch nicht da. Ilicic. Habe ich noch gar nicht gesehen, ne? Rabiel. Aber jetzt wird knappe Kiste hier. Fünf Stück noch. Acerbi. Vier Stück. Ist aber auch nichts blau rundherum, ne? Man sieht das ja schon ein bisschen vorher immer. Ob da ein Tots drin ist oder nicht. Leider no, ey. Leider no. Ich hätte den Ibra noch mitnehmen können, ne? Schade. Schade, schade, schade. Aber hey. War eine überragende Runde. War eine sehr, sehr nice Runde. Wir haben sechs Stück gezogen, Alter. Geht auf jeden Fall fit. Ich finde die Dinger absolut nice. Ohne Scheiß. Aber auch egal, was für eine Liga es war bisher. Die waren eigentlich immer gut. Die haben immer geklingelt. Klar, letzte Woche war nicht liegen bezogen. Da war generell overall, glaube ich, jede Liga. Aber das geht fit, hör mal. Wir haben sechs Tots gezogen. Klar, das grint ja gefühlt wieder 24 Mal. Aber eher gut, ne? Kissi, Quadrado, geht fit, Alter. Geht fit. Doch. Bin ich zufrieden mit. Meetcom. Ja, mit euch muss ich gucken. Die werde ich wahrscheinlich jetzt gleich in der Icon-SBC reinhauen. Die werden wir, ich denke, heute im Stream. Ich glaube, wir streamen heute. Folgt mir einfach auf Instagram. Da werde ich halt in die Story reinhauen, ob wir heute streamen. Ich sage mal vorsichtig. Vorsichtig, ja, heute. Und ansonsten sehr, sehr gerne den Streaming-Highlight-Kanal abchecken. Auch unten drin in der Videobeschreibung. Gefühlt Daily-Content gerade. Und hier, realer Irrsinn kommt da wieder. Sehr, sehr viel realer Irrsinn wieder konsumiert. War sehr witzig. Kann ich euch nur ans Herz legen. Checkt das Ganze sehr, sehr gerne ab. Mich selber eine positive Bewertung freuen. Bleibt die Kommentare voll, wie eure Erfahrungen mit dem Pack sind. Ich absolute... You must do that. That SBC ist das für mich. Do that. Do that SBC. You very funny. In the early. Now. Ist klar. Ist ja Bescheid. Ladies. Ich bedanke mich für eure Aufmesserung. Vielleicht bis später im Stream. Ich bin raus. Macht's gut. Ich find die geil. Die SBCs. Top. Top.